Jetzt neu von Louis und Lea. Neue Freunde. Mit einer Geschichte in ukrainisch und deutsch über Freundschaft und Hoffnung. Bei der Wortwahl war uns wichtig, dass bei den Kindern keine Angst geschürt wird. Natürlich gibt es auch ein leckeres und gesundes Rezept zum Nachkochen in deutscher und ukrainischer Sprache. Neue Freunde ist nicht nur das ideale Willkommensgeschenk für Kinder aus der Ukraine. Das Buch kann auch deutschen Kindern helfen, die Situation besser zu verstehen. Das Minibuch für nur 1 Euro pro Stück jetzt auf louisundlea.de. Das Buch ist nicht nur 1 Euro pro Stück, sondern auch 1 Euro pro Stück.